Ja, ein Mann ruft bei seinem Arbeitgeber an und sagt, Chef, ich kann heute nicht arbeiten. Mir geht nicht gut. Ich fühle mich irgendwie nicht so. Sagt der Chef, er sagt da hin. Ja, weiß ich nicht. Das ist so ein gebrauchter Tag. Ja, ich sage, der Chef, ich brauche dich auch. Nee, aber mir geht nicht so. Weißt du, was ich immer mache, wenn es mir nicht so gut geht, sagt der Chef, dann lasse ich mich von meiner Frau oral befriedigen. Danach ist alles so, dann bin ich wieder entspannt und alles klar. Ja, sagt der Arbeiter, weiß ich nicht. Ich melde mich gleich. Eine Stunde später ruft er an und sagt, Chef, alles gut. Ich komme gleich. Ich bin wieder fit. Übrigens, eine schöne Wohnung hast du.